Hallo bei Musikmachen.de, Nikolai hier von NM Show 2014. Wir sind bei Ibanez. Es gibt weitere neue Modelle der Can Ritur zu uns zeigen. Wir sind jetzt auch noch mehr Prestige Models, mit ein bisschen mehr Kompetitiven Preis. Was wir hier sehen, ist Prestige, ein RGD, das ist der Rikonik RG, aber ich denke, die D ist für Dimension, denn es hat ein bisschen mehr shape. Die große Sache mit diesen sind bare-knuckle pickups. Ich weiß nicht, ob man von euch gehört, aber man hat. Boutique pickups, built in the UK, hand-wound, absolutely amazing. Wir hatten Artists kommen in unsere Customs Shop, asking uns zu change out to bare-knuckle pickups. Das happened over and over and over again. Wir haben einfach gehört von bare-knuckle pickups. Wir haben gedacht, warum nicht, wir haben eine Partnerschaft mit diesen Leuten. Sie machen amazing pickups, und es ist ein super-sounding Instrument. Das ist die F4R-Version. Ein anderer Körperstil, aber wieder mit bare-knuckle pickups. Und eine absolut lethale Weapon. Great, thank you very much, Ken. Weitere neue Modelle folgen sofort. A16-A16 wird drin in der Bedeutung von den F4R-Version. Aber ihr habt einen ganzen Tag vor�chlagen. Ich bin bei den Bedeutung von der Bedeutung von den F4R-Version. Ich bin bei den Bedeutung von der Bedeutung von der Bedeutung von F5R-Version. Untertitelung des ZDF, 2020